Hallo und Willkommen zu Path of Exile. Wir gehen in den Schiffsfriedhofshöhle zurück. Find the All-Fly! Nachdem wir das letzte Mal so ewig gebraucht haben, hey wir müssen die All-Flamme finden. Kommt ihr Deppen! Metzelt euch vor! Sterbt euch vor! Macht was ihr draus! Juhu, mein Diamant ist gleich fertig zum Leveln. Ah, einer meiner auch. Ja, jetzt zum Beispiel. Okay, weiter geht's. Oh, ich hasse die Dinger, ne? Die machen dich immer so wuschig. Glitchig? Ja, das meinte ich nicht so. Was ist das jetzt für ne Quest? Das ist denn hier? Alter, was ist das für Viecher? Alter, die können sich teleportieren? Das ist doch voll fies. Ja, und immer fröhlich oder was? Loll, okay, das ist... Skelette, kommt herbei! Das erschwert unsere Arbeit ein bisschen. Geht's jetzt? Ja. Jetzt, da hinten. Unten. Ey! Jetzt sterb einfach. Ähm... Captain Fairgraves wants you to find the mythical lantern with All-Flamme. Alter, er ist schon wieder einer. Ja. It should be somewhere in... Ja, okay. Ja, komm. Tot. Oh, hier. Ja. Und da sind die nächsten. Yippie! Komm her! Ja, genau. Renn ruhig rein. Nein. Nix da schön in meiner Nähe bleiben, dann hast du auch Eisschaden. Ja, ich bin ja auch im Level aufgestiegen. Ja, das hab ich dir auch gesagt. Ja, ich hab's nur jetzt bemerkt. Komm! Bäm, 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 bäm! So, weg mit euch! Geht's hier gut noch weiter? Geht's hier gut noch weiter? Äh, sieht nicht da noch aus. Äh, dann gehen wir mal hier weiter, ne? Wir haben ja keine andere Möglichkeit. So. Feuer frei! Hey! Bleib mal stehen! Ich? Nein, der Anna. Den, den ich getötet hab. Da ist schon wieder einer, der sich teleportiert. Voll viele, die sich teleportieren. Ja? Mein Manner ist sold! Mein Manner ist sold! Labe doch nicht hier rum, äh! Ist alles in der beste Ordnung. Voll gelogen, Mann! Bäm! Geh mal runter oder nach rechts? Ich bin dir jetzt einfach mal gefolgt hier. Okay, dann geh mal da her. Die konnte ich nicht aufnehmen, Mann! Was? Die Scroll of Wisdom. Oh Gott, da ist schon wieder so'n... Wasserspacko. Mit was bekämpfen wir Wasser? Mit Feuer? Ja, mit Eis! Waaah, wir frieren hier ein! Chest. Portal scroll, lol. Jo, Portal scroll klingt gut. Die schenk ich dir. Okay, dat ist ja eine Schackgasse. Würde ich mal sagen. Gut, dass wir sie erkundet haben! Jaaa! Ich will sie auch noch erkunden. Was willst du eigentlich, du Spacko? Tod! Oh, du verderben! So! Bisschen Feuer hat noch niemanden geschadet. Manche haben Hummel... Oh lol, da ist das ein Gegner! Zum Rollen. Ein Gold rein! Wo ich trage! Okay, lol. Da haben wir gar nichts ausgehalten. Äh, die werden auch immer schwächer. Komm! Da! So, wo geht das hier hin? Oh, gute Frage. Woll! Äh. Dieses energische klicken ist... äh, weil wir total entspannt sind, übrigens. Ja, total entspannt. Entspannt sind die Leute hier weit und breit. Entspannter geht es gar nicht. Tiefenentspannt! Lol, was ist denn hier? Lol, da sind Gegner! Dear, ein Boss. Machen wir erstmal die kleinen Oh Mann Okay Wie sollen wir denn die kleinen machen? Leute, das sind zwei Bosse Ja, da sterben halt zwei Bosse, also ich bin da flexibel So, okay Scheiße Ja, du weißt Wow, 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 wow Ja, dann sterben halt zwei Bosse Alter Junge Das ist gar nicht so leicht, wie es jetzt aussieht Also wir sollten uns mal auf einen konzentrieren, sag ich's mal so Ja, ich bin gerade beim einen dabei Ja gut, dann hauen wir mal mit hier drauf Und der haut natürlich auf mich auch noch mit drauf, was soll denn das? So, Skelette sind wieder da So Oh mein Gott, meine eine Flasche ist auch leer und ich würde sie nicht Ja, der ist fast down, der ist fast down, wenn ich Ja, jetzt noch der Anna Komm Weil der hat sich, der füllt sich sein Schild immer wieder auf Ja, das wird ihn auch nix gegen meine Skelette nützen Deine Skelette ist ein Scheiße Ja, ich weiß, dass sie scheiße sind Alter, der rennt auch übel schnell, ne? Ey, jetzt geht Jetzt ist er doch fast down hier Jetzt Los Okay, was war hier Boah, allein wegen meinen Zombies, nicht wegen den Skeletten So, jetzt schau ich mal, ist da Eisnova Jetzt Wie viel Leben haben die denn jetzt, die blöden Teile? So, was, was waren das jetzt hier? Ich glaube, das ist für dich ganz schön interessant, dieser, ähm, Diamant Oder Edelstein, Arctic Amor, wie auch immer Ähm, 5,7 Mana Drain per Second, additional 28,5 Mana Drain per Second while moving Minus 5 physischen Schaden, äh, wenn du getroffen wirst Und minus 5 Feuer Schaden, wenn du getroffen wirst Okay So, kann ich den irgendwo unterbringen? Ja Stimmt Seh ich schon Arctic Armor Hier haben wir's Mach die mal an Cool Oh Mann Scheiße, ich sollte nicht damit viel rumlaufen Wenn ich stehe, geht's Aber wenn ich rumlaufe, dann, oh, geht der Mana runter Achso, der Der zieht Mana oder was? Ja, der zieht Mana Neee, der zieht Und, und wie er zieht Das ist so ein kleiner Schluckspecht hier So, ich mach mal ein Portal wieder zurück, verkaufen wir wieder, oder? Warte mal Ich will noch gucken, ich hab hier oben Lol Äh, Problem, ich bin hier Leicht eingekesselt Ich hab die All Flame Ja, ich bin am sterben Meister Jetzt bin ich tot Ja Echt, hey Machst du dir nur scheiß Was denn? Ich hab gesagt Jo, ich hab die All Flame Ja, ich bin am sterben Ja, ich hab die All Flame Scheiß auf die All Flame Ich war am sterben Ich war einfach weg Ja, bin ich doch Die haben dir meinen Mana so zu leer Schnell leer gesaugt Das glaubst du gar nicht Das Problem ist jetzt Entweder du machst dann ein Portal Ja, kann ich mal auf die Schnelle machen Alter Lass mich Weil ansonsten Wir haben ja kein Waypoint Nee, ich hab ein Portal Okay Ich seh's wahrscheinlich gar nicht Aber doch, 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 doch Hoffentlich Da ist es Entering the Ship Graveyard Cave Puh, okay Wo seid ihr Pisser? Ohne Scheiß, ne? Abfahrt jetzt Was soll das? Ihr scheiß Viecher Könnt ich ja schon wieder Oh, hier aber jetzt mal richtig So So, nächster ist down Gott, mein Gott Dankeschön Was ist denn Was ist denn das hier? Hm, ein Stab Ich geh jetzt erstmal zurück und verkauf Ja Ich auch Das Ding kann weg, das Ding kann auch weg Das Ding ist nicht identifiziert, mach ich weg Das kann weg, das kann weg So Oh, so einiges schon weg Orb of Transmutation Transmutation Ja, accept Transmutation Wie auch immer Transmutation Schade Ey, was für Steine ich hier willkommen Das ist ja unglaublich Das ist ja wirklich unglaublich Okay So, das heißt Wir müssen jetzt bei dem Typen Das wieder abgeben Das heißt Wir müssen da wieder ganz normal raus Aus der Höhle Die Allflame Ja, die hab ich jetzt auch Und ich warte hier vor dem Ausgang Bis du wieder kommst Ja Okay, jetzt geh ich raus Der Ship Graveyard Holding alt Will show you items Und the ground In pressing Z Irgendwas So, wo ist denn jetzt der Alle Knacker gewesen? Geh mal Geh ich jetzt auch raus Nachdem ich ein paar Items mitgenommen hab Okay Ja, ich hab auch Alle Knacken Ja, müssen wir wahrscheinlich Unten rum Ja, ist die grüne Fläche da Hui, hallo Alter Knacker Hier ist dein Allflame My Allflame My Allflame My blessed damned Allflame Oh mein Gott Was? 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 Sind sie mich verarschen? So unsensibel Hast du ihn erzürnt oder was? Ich weiß es nicht Der Typ hat sie doch nicht mehr alle Alle ohne Scheiß Ah Captain Fairgrave Ey Ja toll Ich wär fasziniert aufgegangen Was? Er hat dich getötet? Nee Wir haben ihn getötet, ja Ja, grad so Okay, das heißt Kein Benehmen, die Leute hier Kein Benehmen Okay, wir müssen jetzt in die Stadt dann wieder Theoretisch Aber wir können ja erst mal hier noch ein bisschen rumlaufen Und zum Schluss am Ende vom Partit so einrichten Ja klar können wir auch Tun wir noch wen Leute töten Weil wir haben ja auch noch zwei Quests Irgendwo Hier ist der Waypoint Jippie Yeah, Waypoint Okay, wissen wir schon mal wo der Waypoint ist Das ist schon mal hilfreich Und dann erkunden wir das Gebiet Oh ja, noch ein bisschen und töten Leute Oh mein Gott Das sind schon wieder diese Gedankenkontrollspackos Zack Ähm, wo sind deine Viecher eigentlich, denn ich wollte grad fragen So Vielleicht hätte ich eigentlich schon Oh, was wollt ihr denn von mir? Lass mich doch in Ruhe Also geht doch Achso Eisschaden sollte ich auch wieder anmachen Oh, Marge Was ist denn hier? Ein Riesenschiff Zack, zack, zack Komm Hey Zwei Diamanten sind kurz vorm Aufleveln Ja, das ist doch immer schön Zum Glück geht der Zauber von dem Viech nicht lang Ja, stimmt Der eine So Wo bist du hier? Ich laufe etwas am Rand entlang Hm Na, ich war ein bisschen mittig Waren nur ein paar Gegner im Moment Mehr noch nicht Zack, zack Ah Die haben Schnelldurchlauf hier Hey, chest Hier sind ein paar Gegner Ja, hier ist auch eine chest Hier sind sogar zwei Musst du übertreiben Ich hab's mir nicht ausgesucht Noch hast du Nein Ähm Ja Hier waren wir ja schon Ja, das Event startet Wir haben's ja verstanden Ja, das Event startet Ist bei dir irgendwas interessantes? Nö Doch, Gegner Lololololola Ja, Gegner sind ja nix neues So, bis auch bei der Tod. Todet die Tod. Auch hier, Beryl, Beryl. Ja, dann können wir nur noch hier zu mir. Da hinten habe ich noch nicht alles erkundet. Chess. Okay, ich glaube, die haben mich gerade eingefroren gehabt ein bisschen. Ein bisschen, ja. Da oben ist noch eine Chess. Hier, Wethered Carving. Wethered Carving? Hat uns das eine Quest gegeben? Huch, ne, da war das falsche. Uh. Oh, ma, ma, uh, mach ich auch mal. Hier unten geht's weiter. Hm, kill Meryl, the Siren in Hell. Das hatten wir schon. Oder? Ne. Ach, ne. Das haben wir noch nicht. It's a way forward in Parasola. Hier geht's aber. The Caves. Ne, The Caves. Sorry. Wir können ja nur noch mal reingucken. Chip K. Oder? Dann, ne, hat noch einen anderen Ausgang hier? Ne, hier. Ach, hier ist The Caves. Ach so. The Caves. Sag ich doch, wir können ja mal reingucken. Ja, klar können wir reingucken. Denn wir haben ja noch zwei Quests. Und das sind auch schon Spackos und ein Boss. Drysucker. Ich hab ein Boss gleich. Ja. Äh, kommst du? Ja, ich hab ja auch Gegner. Ach so. Die mich auseinandernehmen wollen. Okay, ich hab Drysucker selber auseinandergenommen. Mittlere Monsters waren ja Skelette, den merke ich gerade. Uuuh, ich bin wie eingefroren oder... Keine Ahnung, Trebson. Okay, ja. Yippie. Yay. Nein, ich will nicht das Schild. Das ist Kacke. Hm. Knarf. Aufpassen, die haben hier so Territ Grounds. Da kannst du dich nur langsamer bewegen. Ja, hab ich gerade nicht gemerkt. Ähm. Na ja. Ich weiß nicht, guck mal da nochmal ein bisschen hin. Und ansonsten... Geben wir dann die Quest nochmal ab und dann... Sollte es das auch gewesen sein für heute. Da. Komm, stirb. Uuuh. Man läuft so langsam durch dieses Kackgedöns. Lol. Okay, Slackgasse. Ja, da ist Slackgasse. Das ist ein Zeichen. Oder vielleicht auch nicht. Ein Zeichen. Ja, dass wir aufhören sollten, aber vielleicht auch nicht. Ich lauf dir hinterher. Nächster Boss. Crew Shot. Ja, natürlich läufst du mir näher. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig hier. Ja, natürlich. Ich weiß, natürlich bleibt dir nichts anderes übrig. Ah, das passt schon so, wie das ist. So, hier. Ich will das Zeug nicht aufheben. Okay, okay. Da ist noch nichts. Anscheinend nur Mist drin. Wow, drei Zeug sind kurz vorm Aufleveln bei mir. Bei mir auch. Mit vier. Lol. Lol. Erst hatten wir sie ewig nicht gesehen und dann auf einmal sind sie gleich beim Aufleveln. Da kommen sie alle. So, komm, Fire Jam. Geht da weg. Wow, was ist denn da? Weiß ich nicht. Feet hier Jam Landet Fire. Ich mache immer Feuer. So, komm, down. Okay, naja. Ähm, was spricht die Uhr? Nichts Gutes. Ja, ich bin nochmal Level Up geworden. Yay. Komm, lass mich in Ruhe. Hallo. Das ist Plage. Ja, ich würde sagen, wir porten uns dann zurück, oder? Verkaufen wen. Und verkaufen noch wen. Ich habe mal ein Portal gemacht. Ja, wo ist denn das Portal? Ein bisschen unter dir. Ein bisschen unter dir. Ich setze noch einen neuen Punkt, glaube ich. Scheiß und Dreck. Den hier. Gut, dann geh mal runter. Ich gebe die Quest schnell ab bei Barrel. Ich kriege ein Book of Skill. Book of Skill! Gut, dann verkaufe ich ganz fix. Ja, ich verkaufe gleich. Ja, sag ich doch. Ganz fix, jetzt. So. Jetzt verkaufe ich jetzt Book of Skill. Verkaufe ich. Achso, das hast du gemeint, ja. Das ist vielleicht ratsamer. Ja, aber ich habe eh Vollkauft. Ähm. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Ich habe vielleicht ein neues. Quest complete. You received a passive skill point. Oh yeah. Hört man auch immer gern. Wo skill ich hin? In welche Richtung? Ist die Frage. Na gut, ich verkaufe jetzt das hier erstmal. Dann hole ich mir bei Bestel das Book of Skill. Ja, und mache auch gleich mit dem Punkt hier. Na gut, den Skillpunkt versetze ich das nächste Mal. Ähm. Die Quest ist fertig. Und, äh, bist du so weit fertig? Ja. Okay, weil dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, viel Spaß noch und, äh, wir gucken mal, wie es weitergeht dann bei, äh, The Ship Graveyard und in The Cubs. Bis denn. Bis denn, Leute, ciao. Bis denn, Leute, ciao.